Während sich also derzeit alle großen Medien auf den Zwangstausch der Heizungen stürzen, kann dieses kleine Kontrollinstrument ohne großen Widerstand durchgesetzt werden. Das Stichwort Smart Meter. Dieses kleine Gerät kontrolliert ihren Strom und ihren Heizungsverbrauch, es sendet unablässig Daten an die Energiekonzerne und es funktioniert auch andersherum, denn die Regierung kann ihren Strom und ihre Heizung auf Knopfdruck abschalten. Denn heimlich, still und leise wurde auch dieses Smart Meter im Gesetzentwurf untergebracht und soll unter Umständen schon im Jahr 2025 einsatzbereit sein.